Moin Freunde, ja, jetzt wende ich mich mal in einer Facebook-Angelegenheit an euch. Und zwar hat Facebook die Einstellung geändert, dass Seitenbetreiber nicht mehr bei euch in den Benachrichtigungen im sogenannten Newsfeed angezeigt wird. Offiziell begründet Facebook das so, dass man eher privat Überblick haben sollte, aber sie möchten natürlich, dass wir Seitenbetreiber auch bezahlte Werbung schalten, damit wir wieder angezeigt werden. Aber es gibt einen kleinen Trick, wie ihr weiterhin von den Seiten, die ihr toll findet, weiterhin Benachrichtigungen bekommt. Diesen Trick möchte ich euch ganz kurz einmal zeigen. Schaut mal hin. Musik So, und wenn ihr diese Einstellung vorgenommen habt, dann werdet ihr auch weiterhin benachrichtigt. Musik